juhu die a14 ist freigegeben neben dem vorhandenen teil mit fünf kilometern ist jetzt noch ein weiterer teil angeschlossen worden ich weiß nicht wie viele kilometer es insgesamt werden ich bin jetzt 4,6 gefahren nun mal sehen ja 14 bei kolwitz in 300 metern ist schluss und ich bin bisher 12,8 kilometer gefahren also es werden so 15 kilometer werden es das ist die ausfahrt 19 entschuldigung 19 und nennt sich tanga hütte dolle und es sind genau 14,3 mal drei